Schön, dass Sie wieder da sind. Machen wir gleich weiter. Es ist natürlich jetzt Geschmackssache, an welcher Stelle Sie beginnen möchten, den Skin abzuändern. Ich habe mich dazu entschlossen, mit der Hintergrundgrafik zu beginnen, da man dort optisch den größten Unterschied sieht. Da ich schon eine Vorstellung davon habe, wie der neue Hintergrund aussehen soll, klicke ich hier in die freie Fläche hinein, um gleich die Background-Hintergrundgrafik zu erwischen und sage hier wieder Hintergrundgrafik anzeigen. Gehe mit der Maus auf die Grafik drauf und ziehe sie jetzt bei gedrückter linker Maustaste auf mein geöffnetes Paint.net Fenster und lasse sie im Fenster wieder los. Paint.net fragt mich nun, ob ich das Bild öffnen oder eine neue Ebene hinzufügen möchte. Ich sage hier Bild öffnen und habe jetzt die Hintergrundgrafik in mein Bildbearbeitungsprogramm eingefügt. Da ich mir bei diesem schmalen Streifen nicht wirklich vorstellen kann, wie das später aussehen wird, vergrößere ich das Ganze etwas und zwar über Bild, Größe ändern. Ich mache den Haken raus bei Seitenverhältnis beibehalten und ich möchte hier keine 10 Pixel Breite haben, sondern 600 Pixel und sage OK. Und nun kann ich mir schon eher vorstellen, wie die Grafik in der Fläche wirkt. Welche Breite Sie zum Anschauen wählen, bleibt natürlich Ihnen überlassen, da die Grafik sowieso vor dem Abspeichern wieder auf die 10 Pixel Breite verkleinert wird. Zum Abändern auf meine neue Farbgestaltung erstelle ich eine neue Ebene mit Neue Ebene hinzufügen und wähle in der Farbenpalette die Primär- und Sekundärfarbe aus. Für die Sekundärfarbe wähle ich mir hier so ein Gold, das habe ich mir bereits abgespeichert, und für die Primärfarbe ein Fast Schwarz. Ich wähle nun das Farbverlaufswerkzeug aus und beim Ansetzen des Farbverlaufs suche ich mir jetzt im Lineal einen Punkt heraus, den ich fixieren kann, beispielsweise 250. Setze hier oben an und ziehe auf der neuen Ebene meinen Farbverlauf so weit auf, wie ich denke, dass es passt und oben am Lineal sehe ich, ob ich den Verlauf auch parallel aufgezogen habe. So gefällt mir das. Jetzt möchte ich im unteren Bereich noch einen anderen Farbton haben. Dazu erstelle ich mir wieder eine neue Ebene und wähle dieses Mal eine andere Primärfarbe aus. Ich wähle hier ein leicht anderes Gold aus, nehme den Fülleimer und fülle die komplette Ebene mit dieser Farbe. Wähle jetzt wieder das Farbverlaufswerkzeug, habe wieder den linearen Verlauf und stelle jetzt um von Farbverlauf auf Transparenzmodus. Ich möchte bis hierher diese etwas knalligere Farbe haben, schaue im Lineal bei 250. Dort nehme ich mir wieder meine Orientierung und ziehe hier den Verlauf auf bis zu dem Punkt, an dem ich meine, dass es so okay ist. Schaue wieder oben auf die 250, dass ich ihn parallel aufgezogen habe und lasse hier los. So, nun habe ich den Farbverlauf so erstellt, wie ich wollte. Das heißt von sehr dunkel, fast schwarz, hier meine erste Farbe und von meiner ersten Farbe einen gleichmäßigen Verlauf in meine zweite Farbe und einen Übergang in meine dritte Farbe, mit der ich auch abschließe. Da die Farbunterschiede in den hellen Farbtönen gering sind, hängt es auch von ihrer Monitorqualität ab, wie deutlich Sie die Unterschiede sehen können. Doch wenn der komplette Skin fertig ist, sind die Farbunterschiede deutlicher zu sehen. So gefällt mir das und nun benötige ich nicht mehr die volle Größe, sondern ich verkleinere das Bild wieder mit Bild, Größe ändern, Seitenverhältnis beibehalten ist ja noch abgehakt und ich verkleinere es wieder auf meine 10 Pixel Breite. Prinzipiell würde nun eine 1 Pixel Breite Grafik ausreichen. Allerdings können Sie diese dann später im Bildermanager schlecht erkennen und anfassen, wenn Sie herausfinden wollen, was das für eine Grafik ist. Deshalb wähle ich eine Grafikbreite von 10 Pixel, die kann man noch gut erkennen und mit dem Mauszeiger im Bildermanager auch noch gut anwählen. Mit Datei, Speichern unter, suche ich mir den passenden Ordner raus. Ich gebe dem Bild denselben Namen, den es vorher in seinem Skin auch hatte, den Sie über Grafikinfo Anzeigen gesehen haben, damit ich die Originaldatei durch unsere neue Grafik mit demselben Namen ersetzen kann. Also vergebe ich Background JPG. Klicke auf Speichern und werde jetzt gefragt, in welcher Qualität ich es abspeichern möchte. Bei dieser sehr kleinen Dateigröße gehe ich hier auf 100%, weil ich hier einen feinen Verlauf erstellt habe und je weiter ich die Qualität reduziere, desto gröber würden die Übergänge im Verlauf werden. Ich sage hier OK und habe es abgespeichert. Nun wechsle ich wieder auf meine Internetseite, logge mich wieder ein und im eingeloggtem Zustand gehe ich im Expressmenü auf Start, dann auf Bilderverwaltung und suche mir meinen Skin raus. Ich hatte ja das Thema Anterieur Design Template 2, das ich vom 1er kopiert hatte und jetzt muss ich noch die Grafik Background.jpg finden. Nun, diese ist schmal und lang. Ich gehe hier mal auf das erste Vorschau-Bild und nun wird mir der Namen angezeigt. Das ist die Grafik Top Left. OK, also nicht die, die ich suche. Dann vermute ich mal hier, gehe mit dem Mauszeiger drauf und jetzt sehen Sie die Problematik, die ich vorhin gemeint hatte, wenn Sie die Grafik mit dem Mauszeiger erfassen möchten. Dann haben Sie mit einer breiteren Grafik leichtere Karten. Wenn die Grafik schon eingebunden ist, was in unserem Fall hier ja gegeben ist, dann können Sie auch auf das Info-Symbol klicken. Das Info-Fenster zeigt an, wo die Grafik verwendet wird, sowie den Namen des Bildes. Also, da ist nun das Background.jpg, das ich gesucht habe. Ich klicke nun auf die grüne Pfeile, die bedeuten Bilder mit gleichem Namen überschreiben, was ich ja jetzt tun möchte. Ich durchsuche meinen PC nach dem Bild Background.jpg, öffne dieses und sage Abschicken. Die Datenbank wird nun automatisch aktualisiert. Ich verkleinere das Fenster wieder, klicke in meinem Browser auf Aktualisieren und schon hat sich die alte Hintergrundgrafik durch die neue Grafik ersetzt und die erste optische Änderung ist vorgenommen. Meine weitere Vorgehensweise ist relativ chronologisch. Das heißt, ich beginne jetzt einfach mit der Top-Grafik und mache dasselbe, sage wieder Hintergrundgrafik anzeigen und ziehe mir diese Top-Grafik wieder in mein geöffnetes Paint, lasse es los und sage wieder öffnen. Das, was in der Grafik schwarz angezeigt wird, das ist in Wirklichkeit transparent in dieser PNG-Grafik. Hier hat also das direkte Hineinziehen in Paint mit einer PNG-Grafik und Transparenzen nicht funktioniert. Deshalb werde ich hier einen anderen Weg einschlagen. Ich wechsle wieder auf unsere Seite und ziehe nicht die Grafik einfach in unser Paint-Programm rein, sondern sage Grafik speichern unter. Suche mir jetzt einen geeigneten Speicherort raus und das war ja die Grafik top. Sage hier Speichern. Dann gehe ich wieder zurück zu meinem Paint-Programm. Über Öffnen suche ich mir den entsprechenden Ordner mit unserer abgespeicherten Grafik. Auf diese Art und Weise wird mir nun die Transparenz in der PNG-Grafik richtig angezeigt. So, diese blaue Farbe möchte ich jetzt durch einen Braunton ersetzen. Das bedeutet, ich wähle den Zauberstab, habe eine Toleranz von 50 und klicke hier mal rein. Das hat mir die Farbe schon sauber ausgewählt und als Farbton wähle ich mir so ein Braun. Ich wähle den Farbeimer und fülle die Auswahl mit diesem Braunton. Das gefällt mir so noch nicht. Ich mache das Ganze wieder rückgängig. Ich möchte lieber einen Braunverlauf und wähle mir nun die passenden Farben dafür aus. Als Sekundärfarbe wähle ich hier ein helles Braun, als Primärfarbe ein etwas dunkleres. Ich nehme das Farbverlaufwerkzeug, lineare Verlauf, Farbmodus, orientiere mich oben wieder an meinem Lineal, nehme hier die 400, ziehe meinen Braunverlauf auf, oben ist der Strich immer noch bei 400, ist parallel und sage OK. Um schneller navigieren zu können, verwende ich für manche Befehle die dazugehörigen Tastaturkürzel. Um diese anzuwenden, drücken Sie auf Ihrer Tastatur die STRG-Taste, also Steuerungstaste, plus den entsprechenden Buchstaben. Ich werde Tastaturkürzel häufig verwenden, weil es einfach deutlich schneller geht, mit Ihnen zu arbeiten. Das erste Tastaturkürzel, das ich verwende, ist STRG und D. Damit hebe ich die Auswahl wieder auf. Ich speichere das Bild nun ab, unter Datei, Speichern unter. Wir haben hier das Top.png, den Namen lasse ich, PNG ist ja auch in Ordnung, klicke Speichern und überschreibe das vorhandene Bild. Qualitätsmäßig gibt es nichts einzustellen, sage OK und das war's. Ich wechsle auf die Internetseite, gehe in die Bilderverwaltung, in unsere Kategorie, Template 2 und suche das Bild Top. Mal sehen, wo es sich befindet. Das ist der Bottom, dann ist es das wahrscheinlich. Ja, das ist das Top und tauschen das Top-Bild gegen unser abgeändertes aus. Abschicken. So. Das Top-Bild wurde ausgetauscht, auch wenn es in der Vorschau jetzt nicht sichtbar ist. Ich schließe das Fenster und klicke auf Aktualisieren. Ja, und schon haben wir die Top-Grafik ausgetauscht. Machen wir weiter im Programm. Ich schnappe mir die nächste Grafik, das ist Top-Left. Wieder rechte Maustaste, Hintergrundgrafik anzeigen, ziehe mir diese Grafik wieder in mein geöffnetes Paint, lasse los, sage Öffnen und hier mache ich dasselbe Spiel wieder. Ich vergrößere erst einmal die Grafik, damit ich mehr erkennen kann. So, diesen Strich hier unten möchte ich prinzipiell erhalten und sage, der soll schwarz werden. Das heißt, ich wähle hier als Primärfarbe ein reines Schwarz und möchte die vorhandene Farbe damit ersetzen. Dazu wähle ich in der Sekundärfarbe die Farbe aus, die ersetzt werden soll. Das heißt, mit dem Farbauswahlwerkzeug klicke ich in den Streifen hinein und hole mir den Farbwert für meine Sekundärfarbe. Primärfarbe ist schwarz und ersetzt die ausgewählte Sekundärfarbe. Ich wähle Neu kolorieren, Pinselstärke 2. Das mache ich etwas größer. Sagen wir 10. Toleranz von 50. Das kann ich reduzieren. So viel Toleranz brauchen wir nicht. Und jetzt, die Pinselstärke von 10 ist noch ein bisschen zu klein. Sagen wir lieber 90. So, und jetzt fahre ich einfach über meine Grafik und ersetze meine Farbe im Streifen mit schwarz. Das war es auch schon. Soweit mal zum Teil 2. Ich hoffe, wir sehen uns im dritten Teil gleich wieder. Bis zum Teil 2.